FANTOM 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 Herzlich willkommen auf unserem zweiten Kanal KMEN und Flexi. Heute zeigen wir euch das Making of von Phantom der Opfer und ihr seht es schon, unser gutes Stück ist da. Unser Hauptdarsteller für das Auto und es geht auch schon an. Freunde, wir führen euch heute rum. Ihr seht es schon, schön AMG haben wir uns rausgelassen. Perfekt fürs Video Phantom der Opfer und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist sie jetzt oben in der Infobox. Klickt auf das komplette Video mit dem Auto, mit uns als SWOT Einheit. War ein krasses Video, oder? Wird richtig krass, wird richtig krass. Wir fahren AMG Scheiß mal auf BMW FANTOM 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 ROLLEN AUF COUM FANTOM 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 ROLLEN AUF COUM So sehen wir aus. Ready for shoot! Genau, und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Phantom Jagd. Let's go in die komplett. FANTOM 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 Wir sind jetzt auf dem Weg zum Set, aber unsere Crew hat Hunger und deswegen bestellen wir jetzt noch was Leckeres. Wir sind hier gut gestärkt und dann geht's richtig ab. Zwei Chicken Burger bitte. Zwei Cheeseburger ohne Gurken. Dann zwei Cheeseburger ohne Gurken. Ein Crispy Chicken Mini. Und ein Crispy Chicken Mini bitte. Cola Ketchup. Schuss mal auf BMW Fatom 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 ROLLEN AUF COUM Fatom 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 ROLLEN AUF COUM Steh bleiben! Was machst du? Kommt eigentlich nicht so schlecht, oder? Ja, aber der Anfang... Du musst halt da... Ja, warte mal die Fahrradfahrer aus. Mal gucken, oder nicht? Nee, das ist einfach eine Büro. Scheiß mal auf BMW! Fartum! Rollen auf Kuh! Fartum! Rollen auf Kuh! Fartum! Rollen auf Kuh! Mach mal so oder so, vielleicht. Ja, ja. Fartum! Fartum! Das kommt geil, ja. Fartum! Okay, los geht's! Wir einsteigen in der fette Becken, und dann sind wir mit dem Slow-Mo, gell? Slow-Mo ist es, ja. Fertig, los! Ja! Warte, warte! Flexi ist wieder zurück Fartum, du bist halt mein Stück Fartum, du bist halt mein Stück Ja, weil der Schimpel macht! Womit der Abzug erklickt Siehst, was ich mein? Ja, du bist halt zweimal! Ist zwei! Ja! Und was, wir spielen wieder mal mit Kälmen und Flexi schreiben wir hin Flexi und siegen, das ist seine Pflicht Fartum, der Opfer wird eiskalt erwischt Nochmal! Gleich nochmal! Gleich nochmal! Gleich nochmal! Kurz rückwärts! Nö! Okay! Erstens 10 sind im Kasten, Freunde! Jetzt gibt es erstmal eine kleine Trinkpause Ja! Das ist richtig anstrengend! Und mega heiß, die Weste! Ja, das Wetter ist doch gut! Wie ein gutes Wetter geht, oder? Auf jeden Fall Topwetter! Es wird ein richtig krasses Video, hoffen wir! Schaltet auf jeden Fall ein, ihr findet es jetzt hier oben rechts Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet Lasst einen Daumen da, bewält uns, kommentiert alles Ganz genau! Und ihr seid hier mittendrin beim Making of Ganz wichtig, geht auf Spotify Fügt eure Playliste zu Schickt es an eure Freunde Freunde! Bevor wir zur nächsten Location gehen Müssen wir jetzt erstmal alles aufräumen Ja! Ihr seht hier die ganzen Geldscheine schon am Flatten Über 1000 Scheine Das dauert ein bisschen Ja! Nächste Location davor aufräumen Auf geht's! Jeder einzelne Schein wandert wieder zurück in meine Tasche Flexi Style! Und ihr wisst ja! Schaut was wie und der Tag gehört dir! Deshalb klickt alle auf das Musikvideo! Phantom! 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 Schauen wir mal auf! Rollerkamen! 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 Dann haben wir mal wieder ein bisschen Blumenum gezaubert! Check, kick it away! Mani ist alles was zählt Phantom du bist nur ein Kind Hunderte Videos getät und ich mache das Business und du wirst gef... So Freunde! Ihr seht es! Wir befinden uns heute im Office! Tag 2 des Drehs! Wird richtig krass! Anderes Setting! Schön wie wir hier im Büro sitzen! Wir sind ja jetzt hier Polizei! Leute! Nicht im Einsatz! Uns fehlt die Weste! Uns fehlt alles! Es ist zu hoch! Warte nochmal! Scheiß mal auf BMW! Phantom! 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 Rollerkung! Fatum, Fatum Bye-bye 18 Wochen Fatum, Fatum Das geht nicht, das geht nicht, ich schaff es nicht. Das erste Mal haben wir es krass hinbekommen, ich habe es nicht mal gesehen, das ist irgendwie perfekt hinbekommen. Du kannst ja reinzoomen, jetzt ruckelt alles. Was, auf euch? So sieht es hinter dem Dreh aus, gar nicht so leicht. Verschiedene Objektive, verschiedene Einstellungen, verschiedene Szenen, nur damit ein richtig geiles Endprodukt rauskommt. Für euch, dass ihr das anschauen könnt und richtig Spaß habt bei dem Song. Sogar ein Blaulicht haben wir am Start. Ja. Killer. Wo sind wir bei der Hälfte ungefähr? Ja ungefähr die Hälfte vom Dreh. Das machst du für Mr. Diener Aufnahmen. Ja ok. Achso warte warte, 4K gell? Ja das passt. Festaufnahme 34, Auto aussteigen, Geld für eine Schale. Gut. Seid ihr bereit? Tom bist du bereit? Ready Tom? Ja? Achso das ist einfach Outtake. Ja Outtake. Das ist 4K Outtake. Uff. Ja weiß ich. Let's go? Ok ich mach Stop dann. Also. Machst du denkst. Em Willi. Dass ihr akaproof Ford Factor Factor. Factor Munro misty. Factor Juno. Factor Organis. Fanta Fanta Rollen auf Krooom Fanta Fanta Rollen auf Krooom Fanta Fanta Rollen auf Krooom Rollen auf Krooom Okay oder? Ja Fanta Fanta Naja kannst ruhig rein das war es auch schon mit unserem making of phantom der opfer drei tage zwei sets richtig krass vielen vielen dank dass ihr unser making of aufgeschaut habt und für die die unser video nicht gesehen haben das richtige musikvideo gibt es hier oben noch mal in der infobox wir würden uns freuen wenn ihr einen daumen da lässt und es bewertet ein feedback abgibt wir haben hier richtig uns mühe gegeben um euch ein geiles produkt abzuliefern aber wenn es euch gefallen hat wir sehen uns wir räumen jetzt ein bisschen auf wir haben notizzettel alles geht ab und let's ja jetzt kann ich jetzt eigentlich wieder aufheben